Fußball-Wetten 9.8.2019 Tagesgewinn, 9820 Euro Stringtheorie Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube. Die realen Wetten aufgrund meiner kostenlosen Prognosen für den 9.8.2019 haben insgesamt einen Nettogewinn, auf abzüglich der Einsätze zu, von 9820 Euro gebracht, auch deshalb, weil hier überwiegend die niedrigeren Quoten zum Zuge gekommen sind. Freitag 9.8.2019, Helsinki, Coca-Cola 1 und 0,3 zu 2, 1,90 Euro, 1,90 Euro, Zlin, Töplike 1 und 0,1 zu 0,1 Euro, 85 Euro, 3,52 Euro, Kopenhavn, Lünbi 1 und 0,2 zu 0,1 Euro, 15, 4 Euro, 4, Sandefjord, Christian Sand 1 und 0,0 zu 0,3 Euro, 20, 12,94 Euro, Fahrbergsfrey 1 und 0,2 zu 2, 4 Euro, 51,74 Euro, Dornbier in Klagenfurt 1 und 0,0 zu 0,3 Euro, 40, 175 Euro, 92, Floridsdorf, Innsbruck 1 und 0,2 Euro, 0,2 Euro, 45, 4,31 Euro, Grazhorn 1 und 0,0 zu 0,3 Euro, 30, 14, 122, 30 Euro, Olavnitz lieferen 1 und 0,2 zu 0,2 Euro, 15, 30, 57, Euro, 95, Odense Randers 1 und 0,0 scharfes S1 zu 0,1 Euro, 90, 5,810 Euro, 11, zweimal, 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 gleich, 1024, Einsatz, Freitag 9.08.2019, Roditz, Paris 1 und 0,2 zu 1, 2,25 Euro, 2,25 Euro, Nancy, Lorient 1 und 0,1 zu 1, 2,75 Euro, 6,00 Euro, 19, Neortis, Chatterrocks 1 und 0,3 zu 0,2 Euro, 12 Euro, 38, Gungampolea 1 und 0,1 zu 0,1 Euro, 75, 21, 66, Kambli Grenoble 1 und 0,0 zu 0,2 Euro, 65, 57, Euro, 39, Sockhauks, Auxere 1 und 0,1 zu 0,2 Euro, 35, 134, 86, Kerkrade, Almere 1 und 0,1 zu 1, 3 Euro, 50, 472 Euro, 3, Anderlecht, Mechelen 1 und 0,0 zu 0,3 Euro, 60, 16, 199, 29 Euro, Liverpool, Hulnowig 1 und 0,4 zu 1, 1 Euro, 15, 1954, 18 Euro, Portimonense Lisboa 1 und 0,0, 03 Euro, 10, 6057, 2 mal 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 2 einsatz gleich 1024, Einsatz, Gewinn i 5810,11 Euro, Gewinn ii 67,97 Euro, 11868,8 Euro, Einsatz ii 1024,00 Euro, Einsatz ii 1.024,00 Euro 2.048 Euro Schräg sprich Einsatznetto GF 9.820 Euro 8